Willkommen nun auch die Aufzeichnungszuschauer. Ja, die heutige Sendung ist ja, warum kleben die Leute so an dieser Marktwirtschaft? Warum laufen sie nicht mit lautem Schreien und sagen, wir müssen flüchten aus der Marktwirtschaft, weil die doch so wahnsinnig gefährlich ist und alles kaputt macht, uns kaputt macht und so weiter. Was ist eigentlich der Hauptgrund? Das Hauptargument, das in den Köpfen wahrscheinlich immer noch, wenn alle Argumente weg sind, wenn dann klar ist, welche riesigen Schäden die Marktwirtschaft anrichtet, dann bleibt trotzdem noch so dieser Gedanke, als gäbe es einen irgendwie gearteten mutationsfreien Raum. Das bedeutet hier, dass also in den letzten 400.000 Jahren quasi kein Mensch sich geirrt haben kann. Und denn, wenn keiner sich geirrt haben kann, dann handeln ja alle ohne die Tendenz, zum Beispiel Ärzte handeln dann ohne die Tendenz, durch vorteilbringende Irrtümer, die Menschen krank zu machen, um dann letztendlich mehr Geld zu verdienen oder beziehungsweise andersrum. Wenn es keine Mutationen gibt und der Satz nicht gilt, er rare humanum est, irren ist menschlich, dann kommt es ja zu keinen parasitären Memenkinder, wir in das Geist des irrationalen Kognitionen vorteilbringenden Irrtümern. Dann kommt es also nicht zu Irrtümern, wenn der ganze Raum mutationsfrei ist. Und dann handeln doch alle gut. Dann ist doch der Supermarkthändler nicht gefährlich, der Arzt nicht gefährlich. Sind doch alle dann nicht gefährlich. Ja, aber das traurige Nachricht an diese Leute ist, Sie sind alle deswegen gefährlich, weil es diesen mutationsfreien Raum niemals gibt. Genauso wie es genetisch bei uns Menschen nicht eine Sekunde gibt, in der nicht Mutationen stattfindet, weil wir sind ein Mutationsuniversum und alles darin mutiert und unsere DNS mutiert auch ständig und das ununterbrochen und durch nichts abstellbar. Und wenn dann eben im geistigen Bereich, unser Gehirn ist genauso angelegt, dass es auch ständig Mutationen produziert, es zu einer Fehlschaltung kommt, ein Irrtum entsteht und sozusagen jemand eben dann als Supermarktleiter wirklich glaubt, dass der ganze krankmachende Sondermüll, der im Moment verkauft wird, wirklich doch harmlos und gesundheitlich unbedenklich sei und guten Gewissens verkauft werden könne an die Kunden, dass der natürlich kein schlechtes Gewissen hat, mit vollster Inbrunst der Überzeugung seinen Kunden den ganzen Sondermüll andrehen kann. Die Leute, die ganze Weltbevölkerung wird krank mittlerweile dadurch, was ja alles hinlänglich bewiesen ist. Und ja, und es gibt eben leider diesen mutationsfreien Raum nicht, sondern die Irrtümer als Mutationen des Geistigen kommen vor und manche davon sind vorteilbringend und führen dazu, dass zum Beispiel Ärzte dann, ohne dass sie sich auch nur im geringsten irgendeiner Schuld bewusst sind, behandeln sie die Menschen in die stärkere Krankheit hinein und profitieren dann dadurch, dass sie genau das tun. Dadurch breiten sich natürlich solche vorteilbringenden Irrtümer mit den ganzen leiblichen Nachfahren aus in die Welt und in die Gesellschaft, vielleicht in einer ganzen Ärzte-Dynastie. Und dann entstehen ja hier noch Dynastien aus nichtleiblichen Nachfahren, nämlich Studenten, Azubis, Akademiebesucher, Universitätsstudenten und so weiter. Und dann verbreiten sich auf der ganzen Welt überall diese ganzen Vorurteilbringenden und den Irrtümer über die ganze Welt und wir sind alle Gehirn gewaschen und glauben alle, dass das uns allen gut tötet, was uns in Wirklichkeit alles ruiniert. Was hat uns bloß so ruiniert? Ja, also so viel zu dem größten Irrtum, nämlich dieser Gedanke an einen mutationsfreien Raum. Ja, in den Gehirnen der Menschen, da sind doch diese vorteilbringenden Irrtümer nicht und deswegen handeln die zu unserem Besten, weil es ja keine Mutationen gegeben hat die ganze letzte Zeit. Und so diese letzte Ausflucht ist damit widerlegt und damit verabschiede ich als erstes wieder die Aufzeichnungszuschauer. Tschüssi. Tschüssi.